So, guten Tag und herzlich willkommen mal wieder zu einer Runde FIFA 13. Ich bin euer Kommentator und Trainer MG muss mit. So, ich habe es letztes Mal angekündigt, wir wollen ein paar Spieler weiter haben. Ich habe mir jetzt ein paar zusammengeschrieben, so nebenher. So, Spieler verkaufen, da habe ich jetzt einen im Sinn, aber nur einen bis jetzt. So, wo ist er denn? Wenn ich ihn finde, wenn ich ihn finde. Wo ist er denn? Ich finde ihn gerade nicht. Wo ist er denn? Na, da versteckt er sich. Achso, der will eh die Karriere beenden, wenn er aufhört. Weil mittlerweile ist er doch ein bisschen fertig und so. So, dann muss ich hier weiter gucken. So, wen brauche ich denn? So, wo ist er denn? Ja, das Suchen ist nicht unbedingt das leichteste. So, wo ist er denn? Bin ich blind? So, vor allem Marco, Nico, Laut, Bürofra. Ah, diese Saison gekauft? Ach, den wollte ich ja nicht. Neuer Jungspieler? Hm, okay. Mit dem hatte ich eigentlich auch was vor. So, auf Leihliste setzen, danke. So, gekauft, gekauft, gekauft. Wo haben wir denn noch? Äh, 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 da, da, da. Ich bin hier munter am rumsuchen, weil ich nicht alle Spieler sofort finde. Äh, wen hatte ich denn jetzt? Ach so. Wo ist er denn? Äh, besser, äh, ne. Besser ne Sortierung wär geil. Man kann nur noch Status sortieren, oder wat? Ah, nach Namen. Wie wär's denn mal? Wie wär's denn mal? Das wär cool. Da ist er ja. So. Ach so, den wollte ich ja nicht. Dann muss ich, äh, wo ist er denn? So, jetzt ist er alles chronologisch. Auch wenn's verkehrt rum ist. So. Hä? Ah, da ist er. Da ist er, ja. So, mit dem hatte ich auch was vor. Mit dem wollte ich auch verleihen. So. Und dann noch den... ...letzten im Bunde, wenn ich ihn finde. Aber das dürfte ja jetzt ein leichtes sein. So, Schulz... ...toh mal Wiesing. Wiesing wollte ich auch verleihen. So. Äh, auf Leihliste setzen. So. Dann ist der Kader nicht so überladen. So. Aber jetzt wollen wir hier weitermachen. Im... ...den Test spielen. Erstmal simulieren, dass sich alle Leute, äh, erholen können. Die hier munter spielen. So. Dann gucken wir in die Mannschaft. Wie, eh und je. Das kennen wir ja mittlerweile. Ach so, scheiße. Falsche Taste. Energie. Ja, es geht ihnen gut. Dann... Das freut mich. Das freut mich. Dann können wir ja direkt in die nächste Partie starten. Gegen wen spielen wir denn? Gegen Palermo. Palermo. Steht uns ins Haus als Testspiel. So. Keine Verletzungen. Auch schön zu sehen. Letzten Ergebnisse interessiert auch keine Sau. So. Äh, Dribbling nochmal. Jetzt dürfen wir echt mal gucken, dass wir hier das schaffen. So. Hier durch. Ja. So. Läuft doch. Halbwegs gut. Hör. Hätte ich nicht gedacht, dass sich der zählt. Naja. Läuft nicht unbedingt zum Besten, aber es geht. Ah, ich hätte das Ziel noch treffen müssen. Verfluchte Axt. Das hätte was gebracht. Aber wir haben eine neue Bestleistung. Ist schon mal schön. So. Weiter geht's. Im Testspiel. Fiasko. Naja, Fiasko kann man nicht sagen. Drittes und letztes Testspiel. Vor dieser Saison. Hoffentlich läuft's heute besser. Als sonst. So. 60 fängt schon mal gut an. Wieder offensiv. So wie immer. So wie wir sie kennen. Einfach. Probieren's direkt mal aufs Tor. Aber Palermo steht gut. Hat uns den Ball abgenommen. Und jetzt kommt der Gegenversuch. Hier. vom Palermo. Ja. Dezent ans Tor. Versucht. Was war denn das jetzt? Foulspiel im Sechzehner. Und das so kurz nach Anpfiff. Das ist natürlich sehr bitter. So. Wo springen wir hin? Links oder rechts? Ich gehe nach rechts. La. Scheiße. Verkehrte Seite. So. Fünfte Minute. Elfmeter Tor für Palermo. Das sieht ja schon mal gar nicht prickelnd für uns aus. Für unsere Sechziger. So was sollte eigentlich nicht passieren. Das dämpft natürlich wieder die Freude dieses Testspiels. So. 60 versucht hier mal wieder die Lücke zu finden. Die aber je zu Suu geschlagen wird. Von Palermo. So. Komm. Geht ran hier. Holt euch den Ball. Danke. Geht doch. 60 wieder im Ballbesitz. Und dann dieser Fehlpass, der total daneben war. So. Können wir sie aufhalten vor dem Torschuss? Ja. Können wir. Aber leider nur zur Ecke geklärt. Palermo jetzt mit der Ecke. Also. 60 darf sich ran halten hier. Um hier endlich mal was zu reißen. So. Einwurf 60 hoffe ich mal. Ja. Geht doch. So. Eingeworfen. Und dann herber Ballverlust. Und dann herber Ballverlust. Und der ist so früh schon. Was war denn das jetzt? Das war doch nie im Leben faul. Der Schiri ist gegen uns. Aber absolut. So. Egal. 60 hat den Ball mal wieder. Kann hier versuchen. Na. Hier was aufzubauen. Aber so wird es nichts Jungs. So. Einwurf 60. So wollen wir das. So. Jetzt müssen wir hier schauen, dass wir hier anständig mal zum Tor kommen. So. Freistoß für uns. So. Den ziehen wir nicht aufs Tor. Da probieren wir mal. Diese Variante. Aber der Kopfball mal wieder zu unpräzise. Aus Standards sind wir halt nicht gefährlich. Das müssen wir mal gewaltig ändern. So. 20 Minuten bereits gespielt. Palermo mit einem Elfmeter Tor 1 zu 0 vorn. So wollen wir das gar nicht. So. Und unsere 60er irgendwie wollen die heute nicht gewinnen. Da fehlt ein bisschen Elan. Oder die Initiative hier einfach nach vorne. Die einfach fehlt. Und Palermo lässt aber auch nicht unbedingt die Lücken, die wir bräuchten. So. Komm ey. Nehmt ihm den Ball ab. Geht doch. Nicht schon wieder im Foul. Das gibt es nicht. Seid doch nicht so. So hier dran und so. So. Ja. Einfach so. Ja. Kann ich nicht beschreiben. Einfach so streitlustig. So. Aber jetzt Richtung Tor der Palermo. Von Palermo. Das wäre nett. So. Oh. Einwurf. 60. So. Den werfen wir hier an. Hier. Bietet sich an. Fallrückzieher. Mal probiert. Aber. Na. Nicht unbedingt. Von Erfolg gekrönt. Zu weit vom Tor entfernt gewesen. Dieser Schuss. Aber 60 wacht. Wacht schön langsam auf. Aber. Auch noch nicht richtig. So. Immer noch 1 zu 0 für Palermo. So. Probieren wir es mal. Mal wieder die Lücke finden. Ah. Die Verteidigung stört uns einfach. Dass wir hier wirklich frei zum Schuss kommen könnten. Da stehen sie einfach gut. So. Der ging mal Richtung Tor. Aber. Keine Gefahr. Ausgehend von diesem Ball. Ja. 60. Muss hier noch. Aber Palermo hier schon wieder im Gegenmarsch. Können die Abwehrspieler von 60 das jetzt richtig klären? Ja. Können sie. Ohne Foul. Ohne alles. So wollen wir das. So. Schön ausgedribbelt. Aber der Verteidiger setzt nach und bekommt ihn dann doch. Eieiei. Eieiei. Es gibt es nicht. Palermo spielt uns hier an die Wand. Wie das hier nichts wären. So. Jetzt haben wir ihn. 60 hat sich das Leder wieder geholt. Aber Palermo steht selbst schon im Mittelfeld verdammt gut. So. Wir bringen 84% der Pässe durch. Aber es bringt uns nichts. 2 zu 0 für Palermo. Die Abwehr. Keine Ahnung. Die ist heute noch nicht wach. Die muss hier noch wach gerüttelt werden. So wie es aussieht. 2 zu 0 jetzt für Palermo. Jetzt dürfen wir hier mal echt anfangen Tore zu schießen. Um hier das Ding noch zu drehen. Sieht aber bis jetzt noch kläglich aus. Vor allem mit diesen Fehlpässe schon wieder. Hier ist ja zum Mäuse melken. So. 60 hat das Ding. Und jetzt schnell umschalten. Hier. Von Verteidigung auf Sturm bitte. Ah ja. Gut. Palermo steht selbst. Ja. So kurzfristig gut. So. Zieht einfach mal ab. Aber der Torwart von Palermo muss nicht mal eingreifen. Der geht einfach vorbei. 45 Minuten sind vorbei. Gleich dürfte der Halbzeitpfiff kommen. So. 60. Kommt hier noch. Kommen sie hier noch am Ball? Ja. Kommen sie. Aber hier ist der Halbzeitpfiff. Wie erwartet. So. 60 ist 2 zu 0 hinten. Oh mein Gott. Durch ein Elfmetertor und durch ein wirklich rausgespieltes Tor. 60 darf jetzt angreifen hier in der zweiten Halbzeit. Aber ernsthaft. Weil so können wir hier nicht, äh, keinen Blumentopf gewinnen. So. 60 hat das Ding. Geht hier über die Flanke. Versucht hier schneller zu laufen. Halbwag kann das zum Glück. So. Kopfball. Ah. Da muss der Torwart mal ran. Hafler darf die Ecke treten. So. Ball kommt rein. Wie kommen wir hin? Oh. Wir kommen frei zum Kopfball. Hat auch eine schöne Richtung gehabt. Aber wir kommen hier nicht zum Torglück. So. Palermo jetzt. Wieder Richtung 60er Tor. Schön abgelaufen diesen Ball. Kein Problem. Das Ding ist sicher. So. Weiter geht's wieder Richtung Tor der Palermo Spieler. So. Rodriguez. Bringt die Flanke jetzt nicht unbedingt gut. So. Hafler. Hafler zieht ab. Aber total ungefährlich. Wurde auch ein bisschen gestört vom Abwehrspieler. So. Weimar läuft hier dem Ball nach. Versucht hier früh an den Ball zu kommen. Aber irgendwie funktioniert das noch nicht. Palermo kommt hier schon wieder. Richtung 16er. Da kommt der Palermo Spieler zu Fall. Schon wieder Elfmeter. Das gibt's nicht. Es sind doch Schwalbenkönige hier. Ganz knappe Entscheidung hier im 16er. So. Links oder rechts? Links oder rechts? Jetzt links. Er hält. Gut gemacht. Ecke kommt rein hier vom Palermo. Ball ist noch nicht unter Kontrolle. Ist immer noch heiß für Palermo. So. Ist schon wieder ein Foulspiel am Gange. Das gibt es nicht. 60. Ihr dürft euch jetzt echt zusammenreißen hier. Mit den Fouls hier. Sonst kriegen wir hier gar nichts gebacken. So. Ich stelle mal ein bisschen offensiver. Ist vielleicht eine blöde Taktik. Aber was hilft's? Wir müssen hier Offensivarbeit leisten. Um hier endlich ein Tor zu machen. Das gibt's nicht. Der Ball klebt förmlich am Palermo. Ja. So. Jetzt gucken wir mal ins Teammanagement. Vielleicht können wir da irgendwelche Akzente setzen. die hier sehr vom Vorteil wären. So. Aufrata kommt hier rein. So. Rechts vorn. So. Minder ist dafür. So. Fortsetzen. Hoffentlich sind das die Initiativen, die wir hier brauchen für dieses Spiel. Um das Ding hier vielleicht noch zu drehen. Wir können wir hier nicht verlieren. Das wäre sonst kläglich. So. 60. Versucht hier wieder alles aufzubauen. So. Auf, Offrata. Hier geht Stahl. Nochmal. Versucht auf, Offrata zu spielen. Kommt aber nicht durch mit seinem Pass. So. Irgendwie steht auch 60 zu weit weg vom Gegner. Dass er ihn konsequent, ja, erwischen würde. oder einfach konsequenter angreifen könnte. So. Palermo schon wieder am Ball. So. Immer noch am Ball Palermo. Kommt immer noch frei zum Pass. So. Aber 60 klärt es erstmal. So. Menderes startet hier. Aber der Abwehrspieler von Palermo ist da. Ja. So. 60 Sets zunehmend. Palermo unter Druck. Früher unter Druck. Aber irgendwie hilft es bis jetzt noch nicht. So. Irgendwie müssen wir hier noch die, ja, die Lösung finden. In diesem Rätsel. Wie wir diese Abwehr knacken. So. Offrata. Hierzu langsam geschalten. Aber irgendwie wollen die heute nicht so. Wie wir wollen. So. Palermo kommt hier schon wieder. So. Schön getrennt vom Ball. Aufrata Lauf halt. Es gibt es nicht. Zu langsam der Gute hier. Pässe. Total schlecht hier. 60 hier im Vergleich. So. Aus. 60 mit Einwurf jetzt. Palermo wechselt auch mal. Oh. 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 Ich sehe hier gleich schwarz. Aber wir kämpfen weiter. Das muss so sein. So. Stellen wir hier sehr offensiv. Angriff, Leute. Angriff. Zumindest ein Tor. So. Offrata. Wird ihm der Ball abgelaufen. Das gibt es nicht. Aber er kämpft drum. Ah. In die Mitte gespielt. Hier wird der Schiri schon wieder angespielt. Schiri. Geh auf die Seite. Ich dreh hier durch. So. So, ich bedanke mich fürs Zusehen Ciao, bis morgen